Eigentlich ist Ben ein ganz normaler 10-jähriger Junge. Cool! Wow, die werden sicher noch nützlich sein. Sieht man einmal davon ab, dass er sich in 10 verschiedene Superhelden verwandeln kann. Das ist besser. Okay, lass uns ein schönes Feuerchen machen. Ben 10. Die neue Serie. Gleich nach Powerpuff Girls. Immer samstags um 9.25 Uhr bei Kabel 1. Heute. Sag mal esoterisch. Hier stimmt was nicht. Was machst du in Sportklamotten? Das wird verlangt für das Männer-Wellness-Paket. 4 und 3, die 2 schaffen sie. Da hast du ja wirklich eine super Arbeit geleistet. Top-Comedy im Doppelpack. King of Queens. Heute um 21.15 Uhr bei Kabel 1. Good times at Kabel 1 with the King of Queens. Dürfen Polizisten so gemein sein? Das ist nicht. Also ich sag mal nö. Die neue Comedy-Show. Das mal das. Heute um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Gleich. Kleines, du bist eine unglaubliche Frau. Warum kommst du nicht drauf und zeigst mir, woraus Träume wirklich gemacht sind? Familienglück hat immer zwei Seiten. Was zum Teufel soll das wieder heißen? Das ist meine. Gott, würde ich jetzt gerne einen Hammer durch ein Schaufenster werfen. Eine Doppelfolge Rosanne und eine Doppelfolge mit den Bandis. Gleich bei Kabel 1.